Guck mal, er holt hier gerade ein Magnet raus. Er fängt hier so an. Und er hat einfach so alles dran an sein Magnet. Nein. Nee, also jetzt krachst du nicht. Jetzt kracht es gerade. Echt? Doch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. so freunde herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf unserem kanal und ihr seht es schon wieder einen wunderbaren kanal angekommen das ist derselbe kanal wie in den letzten videos nur auf der anderen seite dieses mal weil wir kommen ungefähr immer nur so auf die hälfte und ihr hört schon ganz viel sirene und so davon ist abgesperrt schon seit einer halben stunden dreiviertel stunde stehen ganz viele feuerwehrleute ganz viele polizeimenschen auf der anderen seite haben die abgesperrt damit sie keinen paparazzi oder irgendwelche leute die da halt rumgaffen stehen also irgendwas scheint da passiert zu sein das ist wirklich kurz danach passiert als wir hier angekommen sind wir haben noch nicht mal die magneten rausgerollt jetzt haben wir eigentlich erst mal eine dreiviertel stunde oder eine halbe stunde gewartet in der hoffnung dass dann hier ein bisschen dass sie dann irgendwie schon weg sind so dass wir dann halt nicht auf den sack gehen sind jetzt natürlich nicht so nah an den dran aber trotzdem keine ahnung wir werden jetzt trotzdem einfach erstmal auf entspann rein starten ich meine wir sind den ja nicht im weg in der hoffnung dass da nicht irgendwie was komisches passiert ist aber das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden ist ja auch egal wir machen hier auf entspannt los mit dabei ist mac wieder am start von maskottchen co kennt er vielleicht jizzes halt ne und ja ich würde sagen wir starten auf entspannt rein schaut auf instagram vorbei lasst ein abo da schaut mal lasst hier ein abo da aktiviert die glocke verpasst ihr nicht mehr und ja ich würde sagen let's go erster fund beziehungsweise die ersten sachen am magneten fängt natürlich nicht so spannend an ist ja klar wäre auch krass wenn einfach so der erste fund irgendwas über krasses wäre ne ist genauso wahrscheinlich wie das ist der zehnte fund das von der wahrscheinlichkeit her auf der anderen seite schon wieder unglaublich viele zuschauer weiter die sammeln sich sofort an das ist ja unglaublich wir stehen hier wirklich seit einer minute und fischen und direkt sammeln sie sich da drüben nun gut schauen wir mal was war hier heute finden hast du schon was das ist ein das ist so ein messer vom arzt eigentlich so heißen die aber das ist aber echt cool einfach ein skypelle ich wollte kurz sagen es sind sie ziermesser sie sind halt richtig scharf das skypelle ich glaube aber wenn es im wasser landet dann ist es eher missbraucht worden von der marke b braun es kann natürlich auch zur rasur dienen da kann man bad rasieren mit glaube ich auch deswegen ist es vielleicht braun sogar wirklich die braun marke focus gibt es nicht mehr oder wie ist das werk jetzt komplett das ist ja auch kalt es gibt es doch nicht das kann doch jetzt nicht nur stangen also stangen kann ja jetzt hier nicht nur ernst sein oder so ein schöner dreizack wie er leibt und lebt vielleicht müssen wir uns erst mal ein bisschen energie hinzufügen damit wir halt richtig was raus holen und zwar mit unserem absolut geilen sponsor holy die haben nämlich wieder wunderbar zwei neue energie geschmäcker und zwar einmal den wild berry wolf und noch einen anderen wolf nämlich den wood war ziemlich geile designs muss ich sagen auch wirklich wirklich geiler geschmack und den lasse ich mir heute auf entspannt schmecken und ihr könnt ihn euch schmecken lassen indem ihr einfach mal bei holy vorbeischaut und in der video beschreibung ist der link dazu und die haben nämlich jetzt black week das heißt es gibt einige sales auf sämtlichen produkten zum beispiel hydration probierpakete für die leute die keine energie oder eistee wollen und kann ich auf jeden fall wärmstens empfehlen und mit dem code lange könnt ihr dann auch noch zehn prozent auf alles sparen was es in diesem sortiment gibt und mit dem code lange fünf spart ihr fünf euro auf probierpakete kann ich definitiv empfehlen so noch mal ganz wichtiger zusatz ich habe es im letzten video schon gesagt es gibt noch das gewinnspiel von holy es ist noch bis zum kommenden mittwoch online je zehn euro einkaufswert das heißt zehn euro gleich ein gewinnspiel ticket 20 euro gleich zwei gewinnspiel tickets und so weiter es gibt auf jeden fall krasse sachen zu gewinnen zum einen gibt es einmal das holy squad mobil zu gewinnen das ist ein jundai 20 ist einfach auto das könnt ihr gewinnen zum anderen fünf playstation die in uli design sind sowie zehn holy neon science und noch viel mehr geile sachen schaut auf jeden fall noch mal unter der überschreibung vorbei und schlagt jetzt noch mal unbedingt zu ihr habt nicht mehr viel zeit um euch noch mal ein ticket für das gewinnspiel zu holen link dazu unter der beschreibung und nicht den code vergessen ihr unterstützt mich damit extrem ja ich glaube schon er hat er keine lehne doch dass hier so viele stühle drin sind ich verstehe das gar nicht wie kommt wie kommt ja das ist ein Standard-Burostuhl ne Alter Die saugsicherheit fett mit wasser voll Guckt es mal an Unglaublich wie viel wasser da drin ist Jetzt wärst du auch schon wieder fast mit deinem Job gewesen heute oder? Mhm Aua Was ist das denn? Ich glaube es ist die Mikrowelle, soll ich euch die erklären? Es ist aber hohe oder? Tada! So ein Gehäuse von irgendwas Wie eine Mikrowelle Nee Echt? Oh doch, klar Scheinwerfer Scheinwerfer Wo du hier so hältst, oder? Nee Ich glaube es ist die Mikrowelle, soll ich die erklären? Also es ist auf jeden Fall Eine Mikrowelle Doch ist sie Auf jeden Fall eine Mikrowelle Hier war das Bedienfeld Ja ja Und hier unten ist der Teller der sich dreht Ja 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 Eine Mikrowelle Cooler Fund Nicht schlecht Aber du hast doch was dran Ja ja Da ist was Großes sogar dran Ja Wir machen es einfach Ist egal Wir hingehen jetzt an den Magnet ran Und dann Ja Haben wir Da ist das Ding Das ist groß Das sah zumindest groß aus Guck mal Was das für ein schöner frischer Magnet noch ist am Stab Ja Was ist das? Irgendein Plättchen Platte einfach Sind das Rollen? Oder Nee 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 Ja Na dann gehen wir jetzt erstmal nach Was ist das cooles? Nichts cooles Aber wir haben auf jeden Fall seinen Magnet wieder Das ist was Gutes Machen wir immer mit dem Stabmagnet Link dazu in der Videobeschreibung Von Magneten natürlich Was ist das denn hier? Ist das so eine Tasche? Verdeckt vom Kinderwagen? Das kann sein Ich habe auch an Verdeck gedacht Aber dann wollte ich bringen Das ist ein Verdeck vom Miniaturauto Aber ja Vom Kinderwagen kann gut sein Aber es ist halt komplett eingegangen Von so einem Puppenwagen vielleicht? Ja Puppen war einfach normales Kinderwagen Lass Aber es wird sein Ja vom Kinderwagen Das ist eine gute Sache Ach man ich habe schon wieder nur viel Mist Ist doch Ist doch Käsekram Ich hole wirklich nur Stangen heute raus Ist heute wirklich der Tag der Stangen? Ich glaube heute sind es nur Stangen die wir rausholen werden Nur Ja mit ein bisschen Fantasie Wissen nicht Wissen nicht Mit so hältst du die? Dann hier so ein Visier oben? Ja ja Und halt Stangen noch ne? Ein paar Schöne Stangen Toll Tolle Funde heute So das hatte ich in der Mitte des Flusses dran Das kann jetzt auch mal spannend sein finde ich Okay Okay Wir haben dran Eine Feder Stimmt Passend zum Stoßstempel Meck hat einen Stoßdämpfer gefunden Aber das ist nicht so wirklich eine Feder Das ist eher so Oder? Naja doch Muss ja Aber das ist halt zu Zu Plastisch Sagt man das? Wenn das in der Form bleibt In der man es Ah wobei hier nicht Staubsauger Staubsauger? Achso das meinst du Das kann sein Aber da müsste ja hier auf jeden Fall noch Gummi drum sein Eigentlich oder? Auf jeden Fall So wie der Staubsauger Ja stimmt Ja das stimmt Ja das stimmt Aber das ist hier unten ist die Feder auch kleiner Naja Federhals Man könnte ja jetzt irgendwas groß draus machen So und das Das könnte von einem Boot sein Ja Ist von einem Boot Unten dieses Wie heißt das Keil? Ne Lenkbruder Lenkblatt Lenkblatt Ruder? Heißt doch Ruder Ne? Oder? Ich weiß es nicht Das Schwarmwissen in den Kommentaren wird es schon wissen Hä? Also erstmal Guck mal er holt hier gerade ein Magnet raus Er fängt hier so an Ja ok Und er hat einfach so alles dran Einfach an seinem Magneten Fängt an mit dem Gürtel Schon mal schick Könnte vom grünen Gewölbe sein Klar Komm wir ziehen erstmal eine durch Wir ziehen erstmal eine durch Eine Crackpfeife So nennt man das glaube ich Das hier müsste eine Taschendampe sein oder? Ja Hier hinten ist der Knopf Vorne ist nachher zum Schrauben Ne? Ähm Da kannst du wahrscheinlich so dunkel Oder hell Also weißt du Ach was weiß ich Dunkel oder hell machen jetzt meine Taschenlampe Wenig Sinn Oder andere Aufsätze Ja Wobei da ist einfach das Glas drauf Guck mal da sieht man nur die LED Da fehlt das Glas komplett Ja Mach mal nicht so hell Ich setz mal die Sonnenkolle auf Genau und dann findet er hier einfach noch Und die klemmt hier fest im Rost Äh Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Feder hier das Ding Ist ja witzig Warte mal Wir gucken erstmal kurz was das ist Ja Einfach ein Bolzen Und dann hier einfach eine Brille Also Sonnenbrille So setzt die auf und dann machst du die Und dann Vlog Ne Ne Das wird zu dreckig Ja und dann hier noch eine Crackpfeife Auch witzig einfach Was man immer alles findet ey Vor allem schön was du alles findest Und ich immer nur den ganzen Stang Ja Guck mal das war aber auch so Gülden irgendwie Irgendwas war das auch Ja aber da kannst du nichts mehr wieder erkennen Sehr cooler Fund Also cooler cooler Magnet So der hat ja wirklich alles dran gehabt hier ey Wahnsinn Dass du noch reinfällst ey Kriegst du das so hin? Ja Ich hole vielleicht mal mein Magnet gleich mal ran oder? Irgendwie Der ist voll dran Ja ist irgendwas massives Also wir hingen gerade zu zweit an den Magneten Weil Allein hast du den wirklich nicht aus dem Schlamm gekriegt Jetzt bin ich aber gespannt du Das war jetzt grad zu schwer? Ja Gut aber es war wahrscheinlich so ein Stück unterm Schlamm Ist das so ein Handwagen hier oder? Es ist irgendwie ein Wagen ja Das ist Ist das ne? Ich kann mir vorstellen dass da Holz drauf war Wissen wie alt der Stecker ist? Richtig alt Ja Oder vielleicht von Mechanikern für Autos Kfz Mechaniker Die sich so drauf legen und runter rollen Ja Das ist mal wieder geölt Ja Aber ey der hat bestimmt schon richtig lange auf dem Buckel Oh ja stimmt Tatsache Und damit ist es dann wieder eher so ein Paketwagen oder so Boah aber der ist ja auch schon richtig richtig alt Ich also ich würde nicht übertreiben so aber So 80 Jahre hat er bestimmt auch den Buckel Oder? Wenn der so tief noch im Schlamm war Mittendrin Der hat voll fest gesessen oder? Der war voll fest ja Cool Aber wie schwer der wurde nur wegen dem Schlamm da drauf Wahnsinn Wahnsinn Oh nein Ja Die eine Stange habe ich verloren Aber dann habe ich ja nur noch die kleine Stange dran Toll Ach schön Nö also bei mir ist das irgendwie heute nicht Das sind ja wirklich einfach nur Stangen Ist das gestört? Hm Was machen wir dann jetzt? Ich will aber noch was spannendes jetzt hier Kommt schon Ich hatte so ein gutes Gefühl in diesem Ort hier Ich kann mir ja eh nicht vorstellen dass nichts Gutes rauskommt Kam auch aus der Mitte also ich hänge mich die ganze Zeit schon da dran Ja und das sieht doch aus wie eine wunderschöne Stange oder? Da freue ich mich doch schon ein bisschen drauf Ah und ein Tresor siehste Ja ist ein kleiner Tresor tatsächlich Ja ja ich wollen gleich Sekunde da kommst du glaube ich da einfach nicht ran Ja ein Tresorchen So erstmal hier so weiße Stangen Hm nicht so besonders Und das ist ein Tresor Nils machen wir hier oben drauf So als es dort rauskommt Du aber Aha Sorry Das ist ein echter Tresor Das ist ein echter ja Einfach so Naja also einfach so ist gut Hier findest du halt wirklich oft Tresore Vielleicht Wir waren uns doch vor wenigstens Wieso denn? Hinten ist ein Loch drin aber das kann auch das Loch sein wo er an der Dings hing Aber da ist halt auf jeden Fall ein bisschen was ist drin aber Ja aber ich glaube dass die Tür nicht offen ist tatsächlich Die Tür sieht mir sehr zu aus in dem Fall Da passt zumindest nicht alles raus ja Aber ich sag mal wenn du hast du musst dir halt vorstellen Die hatten ja einen sauberen Tresor da war kein Schlamm drin ne Die wenn da noch was drin war dann werden sie den noch weiter aufgebaut haben Also wenn das wäre Ja Kommt doch oder? Nee Ich weiß halt nicht was das bringen soll ne Da kommen wir Auf keinen Fall rein Ich würd eh sagen dass er leer ist aber Ja kipp mal weiter aus erstmal Vielleicht sehen wir dann Aber es ist schon recht viel drin aber Na oder halt Irgendwelche Überreste von irgendwas Hä da ist irgendwie Glas drin ne Das hier ist Glas Es ist einfach viel Glas drin ne Oder? Ja irgendwie schon ne Ja da kommt einfach Glas raus Das sieht aus wie so ein Medikamentenglas oder so Naja gut okay die Täter werden mit Sicherheit Alles rausgenommen haben was es wert hatte Oder jemand hat ihn einfach weil er nutzlos war und raus geschmeckt Genau Ja Schade Na gut egal War auf jeden Fall mal interessant Es war auf jeden Fall was drin Was das Glas da drin jetzt zu tun hat Ihr könnt eure Vermutungen einfach in die Kommentare schreiben Aber ich weiß es nicht Ich hab keine Ahnung Hä? Ist das ein Oberstück von einer fetten Gasflasche? Das macht für mich gerade hinten und vorne keinen Sinn Oben sieht es aus wie eine Gasflasche muss ich sagen Oder? Ja So Irgend so was ne Und unten ist aber dicht Oder so ein Torpedo Aber hä? Komisch oder? Das ist auch irgendwie nicht ganz gerade Als wäre das hier gar nicht richtig Also als gehört das da gar nicht dazu Ja das gehört nicht dazu Pass auf Schau mal meinen Hammer Also wenn es ein Torpedo ist dann finden wir es gleich raus Ich glaube das eine Stück hier unten gehört nicht dazu Naja vielleicht doch Das gehört ordentlich dazu Na gucke Das war das Ding hier ja Hä? Aber es ist doch schon sehr fest dafür dass es Aber es ist nur eingelassen guck mal Das liegt da nur drin Siehst du das? Ja Komm jetzt musst du es rauslegen ne Aber stärken wenn du es raus hast Dass es ein Gasflaschenstück ist Guck mal das ist der Unterteil von der Gasflasche Das ist der Unterteil und das der obere Teil Der ganze mittlere Teil von der Gasflasche fehlt Das ist aber auf jeden Fall eine Guck mal so stehen die ja immer Und so Gasflasche Boah was ich für ein Adlerauge habe Das sieht wieder aus im Gesicht Geht eigentlich Na gut Aber wer zum Geier schneidet eine Gasflasche auf Der hat bestimmt mit dem Leben schon abgeschlossen Naja Das hier ist glaube ich auch vom Strommast Weißt du hier oben so der Dings Und da ist so ein Ja so eine Spule drin ne Und dadurch entsteht wahrscheinlich irgendwelche Irgendwas Das ist halt wichtig für den Strommast Ich glaube es ist vom Strommast Schreibt es in die Kommentare ob es stimmen könnte Ich glaube schon Du hast wahrscheinlich eh wieder Keramik hier oben Ist ja meistens aus Keramik so eine Teile Weil die ja nicht leiten Vielleicht Schreibt es in die Kommentare ich weiß nicht Müsste es gleich kommen Ich sehe ihn glaube ich sogar Ja du bist auf jeden Fall weiter Mal kurz Jetzt bist du dran Es ist auf jeden Fall einer Also das siehst du sofort Und das hat man auch gehört Ja Und die Luft und alles Alles ist da Ich bin auf eine Stelle Ja das ist nämlich die Tür Und wenn man jetzt andersrum drehen würde Dann kriegen wir dann auch ausgelaufen Aber Lieber das mal alles drin Du bist gut drauf ne Ja also Ja ich bin wieder gut drauf Das habe ich letztens versucht so laut wie möglich in dem Video zu machen Dass man das hört Weil das war so witzig in dem Zusammenhang Ach so Alles Ausschließlich Schlamm Ne Nur Schlamm Das fühlt sich irgendwie witzig an Wo haben sie sich denn diese Form hier abgeguckt Also die Form haben sie sich aber Mein lieber Mann Ne Er hat äh Das ist aber noch nicht alles ne Ne du hängst irgendwie noch ne Nein der hat wirklich schon wieder ein Magnet dran Ist ja witzig Ist ja witzig Wie oft wir schon Magneten jetzt dran hatten Wie Mini Klein Also das Seil ist halt wirklich Quatsch Aber das Seil scheint ja auch nicht gerissen zu sein Da frage ich mich Wie alt war die Person Also das kann ja maximal so Ich glaube so mit sieben bist du schon stark genug Um sowas auch von dem Ding da abzukriegen oder Wir gucken Also Das schafft man ja Da frage ich mich wie man den Maximal mit Seil reingeworfen Einfach aus Versehen Der hat John auch schon den hier gekriegt Wenn ich mich an den Tag erinnere Der war stark Ach ich lieb mein Leben Schön Na gut weiter gehts So Zu guter Letzt Einer der letzten Funde heute Eine Geldkassette Ja die ist aber Ja die ist aber Ja da ist natürlich viel Schlamm drin Vielleicht haben wir aber Glück Und da kommt noch was spannendes raus Ja das reicht schon Ja das reicht schon Jetzt Das sind auch Batterien Da sind doch nicht ernsthaft jetzt Batterien drin oder Ein Schlüsselbund Großer Schlüsselbund Mit einigen Schlüsseln halt dran Ein paar Bags Aber es sind auch Münzen drin Nein Ne also jetzt krachst du Jetzt kracht es gerade Komm her Es kracht gerade Pass auf Bist du bereit? Ja Willst du mal was sehen? Ja Ja Ich hab den Lange nicht mehr so im Holz Nein Doch Jetzt gehts gerade gewaltig los Das ist jetzt Die Münchschatulle Das ist die Sind sogar noch zwei drin oder wieviel Da sind eine ganze Menge Münzen drin Und nicht nur Münzen Jetzt gehts ja los Jetzt gehts ja los Das ist wirklich ein krasser Fund gerade Hier ist noch ein Ring guck mal das ist mit abstand der krasseste fund in diesem kompletten jahr glaube ich selbst wenn ihr jetzt nicht viel wert sind oder so aber es sind ja hier ist nur eine kleine wir sind noch ein paar ketten drin aber guck dir mal die großen münzen an wahnsinn ich muss meine füße tun weh ich will wissen was das für große münzen sind nimm mal ganz kurz das ding was ist das auszeichnungsmünzen kann sein ist auf jeden fall keine aktuellen währungsmünzen und keinem land sind die so groß oder es steht dollar one dollar so groß das hat das ist was das ist schon was besonderes united states of america das ist was richtig geiles glaube ich okay das machen wir so wie es ist zu hause sauber und das werden wir hinten noch ans video ranhängen guck mal hier ist auch noch so was dran an einer kette wow endlich mal wieder guckt dann noch gehen da ist auf jeden fall noch was drin ja sind die auch da drin gewesen ja 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 es war alles so drin hier sind an dessen schlüssel wow und batterien also oder ach so sind vielleicht stimmt sind vielleicht auch tabletten soll ich meine raus ich glaube dann komme ich heute nicht mehr nach hause ich hole jetzt keine raus also noch war ich diesen weich geworden sind auf jeden fall tabletten guck mal wie weich die sind ja hier sind noch münzen guck mal dankeschön die sieht aber auch interessant aus ne da ist noch richtig was drin eigentlich sind wir hier noch hingegangen meine herren du jetzt stell dir doch mal vor das richtig besondere münzen hier deutsche jetzt habe ich ja deutsche mark fünf deutsche mark sind es das sind glaube ich richtig coole sachen hier okay das finden wir für euch alles raus ihr wisst also viele von euch werden es wahrscheinlich auch wissen was das für münzen sind aber ich werde das für die die es nicht wissen und nicht in den kommentaren schauen wollen werde ich das hier einfach alles gleich noch mal einblenden wenn ich sauber mache aber das ist doch mal wirklich noch mal ganz kurz ist schon schon krass die ist schon richtig lange da drin okay wir machen noch ein paar würfe und dann wollen wir das glück aber auch nicht auf die folter spannen weil das ist der letzte fund nein ich habe ihn verloren aber ich habe es wird cool wo das ist cool also wir haben jetzt zum einen kopfhörer sind glaube ich auch airpods oder so heißen die nicht aber sondern sind auch von apple das siehst du auch der stecker hier ist apple stecker hinten der lightning und die sind auch wirklich original von apple die kenne ich aber das ist wieder ein fund für mich merkt was ich noch hier habe das ist cool sogar in der scheide drin das ist wirklich ein guter zustand guck mal heute sind die funde wirklich gut muss ich sagen schick wow das seht ihr bestimmt bald beim scharfen schnitt geil heute richtig gut so dann schauen wir mal welche funde wir heute eigentlich gemacht haben ja wir sehen hier wir haben viermal die gleiche münze rausgeholt also 219 79 und 219 80 das ist auch eine one dollar münze ähnlich wie die große die ich euch gleich zeigen werde ja hier steht ganz einfach neben der susanne b anthony so müsste die person hier drauf heißen steht in gott we trust also sehr interessant oben noch liberty und auf der rückseite sehen wir united states of america und dann one dollar ja das ist in ein drei gefällen das gleiche über die gleiche personen drauf und auch hinten das gleiche drauf ist es sehr interessant auf jeden fall angelaufen irgendwie so grünlich ich habe versucht so gut wie möglich sauber zu machen aber ich will ja auch nichts kaputt machen das lasse ich lieber irgendwelche profis später sauber machen aber gut kommen wir mal zu den nächsten münzen und zwar sind das diese großen ich zeige euch gerade mal zum vergleich die ein dollar münze von grad eben das so groß und diese zwei hier sind fast doppelt so groß hier haben wir auch wieder eine person drauf einmal 19 74 auch wieder in gott we trust das gleiche wie bei der anderen münze und auf der rückseite steht auch wieder das gleiche one dollar nur alles halt in groß bei der münze ist die einzige andere sache dass wie es hier die prägezeit von 1776 bis 1976 haben das auch ziemlich krass also einfach mal 200 jahre in der das hier geprägt wurde dann haben wir hier hinten einmal eine glocke und ich denke mal mond drauf und jetzt nagelt mich nicht fest ob ich jetzt wissen muss was das bedeutet keine ahnung aber ihr könnt mir in die kommentare schreiben auf jeden fall zwei sehr interessante minzen online habe ich gesehen es gibt diese münzen auch irgendwie silber und die sollen richtig krassen wert haben ich glaube in dem fall hier haben wir es nicht mit silber zu tun aber mit silber ist hier auf jeden fall die rede ich versuche euch das hier mal ein bisschen aufzunehmen ihr seht hier ist ein kleiner stempel da sieht man auch ziemlich gut in 925 das ist also silber fühlt sich gar nicht so silber an muss ich sagen und wir haben hier ein stein drin und da war wahrscheinlich noch ein größerer stein drin ich weiß es nicht genau aber das ist ja auf jeden fall sehr interessant habe ich aber auch nicht besonders sauber gekriegt mit den münzen war es das aber noch nicht ganz gewesen wir haben hier nämlich noch eine deutsche münze und zwar fünf deutsche mark auch von 1900 irgendwas genau konnte ich das hier nicht erkennen und frankfurter nationalversammlung stimmt hier steht jetzt noch mal 848 drauf aber das wird wahrscheinlich die frankfurter nationalversammlung gewesen sein die in der zeit stattgefunden hat berichte ich mich falls ich da falsch liege ich glaube prägedatum liegt hier trotzdem bei 1900 irgendwas so wie es hier steht steht noch was anderes drauf hier ist nicht frankfurter nationalversammlung sondern deutsches archäologisches institut und darunter auch noch mal eine zeit ich glaube 1890 bis 1979 oder sowas aber auch wieder 5 deutsche mark prägezeit 1979 ansonsten war das hier noch drin gewesen gehören arme kettchen mit einem sehr interessanten verschluss den schiebt man hier auf die andere seite einfach rein und dann macht man das fest habe ich auch versucht sauber zu machen aber das muss man professionell machen und ob das jetzt hier irgendein material irgendein besonderes material das kann ich euch leider nicht sagen weiß ich nicht als nächstes haben wir das kettchen hier kann ich euch auch material nicht sagen habe keinen stempel gefunden aber hier unten ich kann euch wirklich nicht genau sagen was das ist auf jeden fall ist das hier so 3d auf der medaille würde ich jetzt mal nennen drauf wir haben da oben irgendwie noch so eine kleine person auf seinem rücken sehr sehr interessantes zeichen schreibt mir dringend in die kommentare was das hier heißen jetzt schreibt mir nicht rein von wegen jetzt in der schule aufgepasst hättest gewusst ich weiß nicht ob das irgendwas bekannt ist es wie gesagt schreibst du rein würde mich sehr interessieren ja von sich lieder sehen cool aus aber material wie gesagt keine ahnung aber wo ich euch definitiv sagen kann dass das material wirklich interessant ist sind diese kettchen hier zum einen die und zum anderen diese hier hier haben wir es nämlich in beiden fällen mit vergoldeten bzw gold ketten zu tun beides 5 25 vergoldung bzw gold legierung ich glaube 5,25 oder 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 52,5 prozent ich habe keine ahnung wie das genau gehandhabt wird auf jeden fall haben wir sie mit gold ketten zu tun deswegen ging ja auch ziemlich gut sauber man sieht hier so ein paar schwarze flecken sind da noch die muss man dann vielleicht mal richtig reinigen lassen aber das nenne ich doch mal ein fund passend zu den ketten waren auch diese anhänger hier zum einen einmal so ein schmetterling da steht drauf 333 glaube ich das müsste also 333 gold sein oder vielleicht steht auch was anderes drauf ich kann es auch nicht genau erkennen es auf jeden fall ziemlich schwer aber ja ich glaube 333 ja so kann man es gut erkennen und diese anhänger hier da sind drei herzen und ja auf dem herzen steht zwar ich liebe dich drauf auch sehr süß aber wenn man das ganze irgendwie ich also der zusammenhang zwischen den gold ketten und diesen ganzen münzen hier da also das völliger wahnsinn was wir hier gefunden haben ich kann euch überhaupt nicht sagen wie das hier alles zustande gekommen ist dass wir so ein so eine geldkassette mit so einem inhalt finden offensichtlich ja kein diebesgut sonst hätte man natürlich die gold ketten behalten da hat vielleicht jemand einfach mit der vergangenheit abschließen wollen und das dementsprechend entsorgt sehr interessant ja ich würde sagen wir kommen jetzt zur normalen abmoderation die ich ja trotzdem noch vor ort gedreht habe aber ja schreibt mal eure sachen in die kommentare bezüglich diesen funden hier es ist auf jeden fall der absolute wahnsinn und ich würde sagen mit abstand der beste fund im jahr 2023 ja ich finde mit so einem fund kann man auf jeden fall das jahr entspannt abschließen so freunde das war es auch schon wieder von diesem wunderbaren video hier ich hoffe es hat euch gefallen es war unglaublich spannend jetzt am händen ich glaube es ist wirklich der beste fund den wir im jahre 2023 gefunden haben meiner meinung nach ihr werdet jetzt ihr habt wahrscheinlich schon gesehen was das überhaupt ist und wie das alles sauber aussieht ich habe es jetzt noch nicht gesehen ich fahre jetzt nach hause und mache das erst ja völlig gestört das werde ich mal wieder eine geldkassette mit inhalt hatten ansonsten schaut auf jeden fall bei holy vorbei link dazu ist in der video beschreibung code lange 10 prozent sparen auf alles auch auf die adventskalender ganz wichtig und richtig und auch auf die zwei neuen geschmäcker die zwei neuen wölfe ja die wir jetzt haben finde ich auch sehr geil ansonsten ist ja die black week da könnt ihr auf definitiv vorbeischauen da gibt es ganz ganz viel rabatt lohnt sich auf jeden fall da jetzt mal richtig zuzuschlagen jetzt noch mal vor weihnachten habt ihr vielleicht auch ein schönes geschenk für eure familie freunde was weiß ich ja ich hoffe euch hat der ganze kram gefallen vielen dank auf jeden fall auch an mac dass er hier heute mitgeholfen hat und ja ich würde sagen wir schnacken gar nicht drum herum ich wünsche euch noch einen wunderschönen morgen mittag amt wenn auch immer ihr dieses video schaut hast was von mir und tobi der hinter der kamera immer steht und von mac der heute mitgeholfen hat und bis zum nächsten mal